Also, das ist echt das beschissenste Level. Ich tricke das Spiel jetzt auf. Pass auf, ich werde jetzt nicht sterben. Das gibt's nicht. So unfähig war doch noch kein Mensch. Hat irgendjemand das Level mal geschafft? Ja, sei der erste, der das Level schafft. Oder verhungere. Hier drin. Das Ding sieht irgendwie aus wie der Mond. Die Decke sieht aus wie der Mond. Ich bin so irre. Ich bin auf dem Mond. Fick mich ganz ehrlich. Ja, verreckt doch. Blöde Scheißkuh mit dem braunen Zopf. Der sieht aus wie so ein Kuhschwanz. Ey, ah ja, das ist ein Millimeter und du würdest über den Marschendrahtzaun hinweg sein. Kann ich noch weiter ran? Na, da läuft sie zur Gung! Oh mein Gott. Lara, was passiert? Hä? Achso, okay. Ja, ja, rechts und links, ne? Oh mein Gott. Lara? Hast du irgendwelche Zuckungen? Oh, klüß das an! Die hat Zuckungen, die... Na gut, jetzt nicht mehr. Oh man! Ich hätte nur noch eine Idee. Aber das würde sowieso nicht gehen. Ansonsten muss ich die Outwatch nochmal spielen. Das kannst du sowas von vergessen. Ich hab noch irgendeinen Outwatch-Speicherpunkt. So. Scheiße! Okay, aber es würde potenziell, würde es schon mal irgendwie so ein bisschen funktionieren. Komm ich da hin? Ja. Mit tollen Lebensverlusten. Oh ja. Der Winkel sieht doch schon mal ganz gut aus. Warum kann das mal nicht so bleiben? Die scheiß Kamera-Einstellung. Also sowas von. Sowas. Oh mein Gott. Oh ja. Ja! Fick dich. Ganz ehrlich. Warte, war ich dann... Achso, ich wollte gerade im... Im Sterben gucken. Bei Geld, was geht das ja wenigstens noch? Wenn man tot ist, dann kann man seine Teamkameran... Na, das war geil. Verfolgen. Man kann den Blick auf sie wenschen, während man tot ist. Ja, sichern! Sichern ist jetzt das Geilste. Speichere in deinen Tod. Das tust du nicht. Oh ja, das war so blöd. Echt, du bist so eine etipetete Pastete. Aus was besteht etipetete Pastete? Erklaren Sie das. Auslagers Gehirnmasse! Mh! Oh, lecker. Bäh! Wer will schon die Gehirnmasse von einer Frau essen? Wenn man Dummheit ist, geht die dann auf einen über? Das wird mich ziemlich interessieren. Oh, Laden. Ich werde den Lade... Äh, ich werde so oft diese Ladescheiße... So oft sehen, dass... Äh, ich nur noch Laden laden kann. Und dann lade ich den Laden. Und morgen schreibe ich in der Schule nur noch statt Lisa... Laden. Laden! Verdammt. Okay. So haut das ja auch nicht mehr hin. Aber so auch nicht. So auch nicht. So. Ne, das war dumm. Du blöde Kuh musst auch nach vorne laufen. Wenn ich nach vorne sage, was heißt das dann wo? Kasinlele-Bam. Die blöde Scheißkuh rennt nicht mehr nach vorne. Ach jetzt. Ja, renn so! Renn erst damit, du... Sag mal, bedrückst du mich? Ich meine, mich würde es nicht interessieren, jetzt mit dem Kerl oder so, aber... Ich hab grad anstauernd die, äh, Vorwärts-Taste gedrückt, die hat sich nicht bewegt. Guck dich doch an! Oh, Leute, wir sehen's gleich wieder, wenn die Tusse endlich mal macht das, was ich, äh... Wir sehen's gleich wieder.